Ich gebe mir ein richtiger Pin ab, ey. Wenn wir jetzt da raufgehen, da spawnen auch mehrere Bauer, aus denen auch hier eine Menge Viecher spawnen. Wir versuchen einfach nur die Bauer kaputt zu machen und direkt zum nächsten zu laufen und ignorieren einfach die Viecher. Das könnte ein bisschen übel werden, aber wir versuchen es mal. Wo? Wo sind die Gechner? Wir sterben jetzt instantan, pass auf. Ich habe gedacht, ich komme mal nicht raus. Nein, alle tot. Du solltest die Gechner ignorieren, also bitte. Also automatisch, ich sterbe mal. Schlucht noch mal, hier kann man nicht spielen. Oh, Entschuldigung. Da rumpeln wir jetzt erstmal richtig rein, mit Wirbelwind. Oh, dann hast du gar nicht so viel Energie verloren, ne? Ich habe ein paar Mobs am hinteren gehabt. So. So. Oh, das ist besser. perfekt das war was ja schon für ist meine die fiecher weg gehen kann ich retten